Sie haben nach ausführlicher Suche den für Sie richtigen Gründungsberater gefunden. Prima, jetzt gilt es einen für Sie optimalen Beratervertrag auszuarbeiten. Sie sollten in dem Vertrag alle besprochenen Beratungsbedürfnisse aufnehmen und alle vereinbarten Beratungsziele vertraglich fixieren. Natürlich sollten Sie auch alle Fragen zum Honorar festhalten und dafür Sorge tragen, dass Sie auch Möglichkeiten der Kündigung haben, wenn Sie mit der Beraterleistung unzufrieden sind. Wir haben Ihnen ausführlich zusammengestellt, wie Sie Ihren Beratungsbedarf konkret ermitteln und anhand von Checklisten Ihre Beratungsziele erarbeiten. Nutzen Sie unser Know-how zur optimierten Vertragsgestaltung. Bitte übermitteln Sie uns Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse. Dann übersenden wir Ihnen sofort und kostenlos den Gründungsberater-Report.